Herzlich Willkommen Leute zu einer neuen Runde Warface und bevor das Winter-Update endgültig raus ist, wollte ich nochmal schnell eine Winter-Map spielen. Ich spiele heute den Rifleman mit der F1000 und das war jetzt gerade sehr lustig am Anfang mit dem Hochboosten auf die Balustrade. Ähm, ja, ich bin nochmal alleine unterwegs, ihr findet Warface natürlich immer noch unten in der Videobeschreibung und, Alter, mit der F1000 muss ich jetzt erstmal üben zu spielen. Die ist nämlich Burst und ich glaube, ich hatte noch nie eine Burst-Waffe, oder? Ich glaube zumindest nicht. So, deswegen mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Ich bin heute dann doch nochmal alleine, weil ich gesehen hatte, dass das Update wohl nicht mehr allzu lange... ...am Start sein wird. Okay, da muss ich mich ganz kurz konzentrieren. Letzte Claimor haben wir auch geholt, die F1000, natürlich mit meinen Standardaufsätzen, so wie ich sie immer spiele. Und, äh, ja, gleichzeitig wollte ich auch noch auf ein paar Kommentare eingehen, beziehungsweise auf einen Kommentar, der mir sehr wichtig gewesen ist. Warface ist bei mir natürlich gesponsort, das habt ihr jetzt ja auch schon mitbekommen in den letzten vier Monaten. Und, äh, er war sich eigentlich ziemlich sicher, dass meine Meinung zu dem Spiel gekauft ist, weil ich gesagt habe, dass ich die Team-Deathmatch-Maps eigentlich ganz geil finde. Klar habe ich es lieber, wenn eine Map nicht sniper-lastig ist, aber dann könnte man sich ja theoretisch so weit anpassen, dass man auch selber mal einen Sniper spielt. Und, äh, der hat mir das nicht geglaubt. Und ich finde, eine Map muss nicht immer groß sein, um Spaß zu machen. Manchmal ist auch genau die kurze, knappe Action die, die man gerne sucht. Und, ähm, ich bin hier soweit komplett frei in meiner Meinung, was ich sagen kann. Ich hatte ja auch zum Battle-Royale-Modus gesagt, dass ich den nicht wirklich als Battle-Royale-Modus empfinde, sondern eher als Last Man Standing. Und, ähm, es gibt auch einen Grund, warum dann in der Hinsicht so wenig Battle-Royale-Videos kamen. Ich finde es nicht schlecht, aber ist es auch nicht der Modus, auf den ich so richtig Bock hätte. Ich mag es, wenn, wenn man viele Gegner hat. Oh, da bin ich genau in die Sniper gerutscht. Die Farmer ist echt nicht einfach, was den Burst angeht. Man kann halt nicht wirklich drauf loshalten. Ja, dumm gelaufen in der Hinsicht. Was spiel ich eher denn für eine Waffe? Und ja, da wollte ich halt einfach mal einsteigen. Ähm, ich kann euch sagen, was mir gefällt, was mir nicht so gut gefällt. Das ist absolut gar kein Problem. Und ich würde Warface nicht mittlerweile schon vier Monate spielen, wenn ich es, äh, schlecht finden würde. Ja, also dafür macht es mir immer zu viel Spaß. Und vor allem sogar Alex, mit dem ich ja hier oft aufnehme, äh, der war sogar derjenige, der gesagt hat, obwohl wir schon zu viele Videos hatten in, 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 zur Weihnachtszeit. Ja, wir müssen Warface spielen, wir müssen Warface spielen. So, weißt du? Und da nimmt sich das also nichts. Es macht einfach Laune. Genau, oh fuck. Oh, da waren zwei Sniper, die mich angeschlossen haben. Den einen hätte ich sogar noch bekommen. Ja, der, der, die Challenge ist für mich hier mit der, äh, F1000, mit der Farmers ähnlichen Waffe zu spielen. Das wollte ich halt jetzt einfach so durchziehen. Ich habe ja immer mal eine andere Waffe, die ich teste. Und, ähm, ja. Ich sollte nicht mehr, ähm, links lang gehen. Das sind halt die ganzen Sniper. Saß ich ja selbst, als ich die Map beim letzten Mal gespielt habe. Das wollte ich euch auf jeden Fall nur wissen lassen. Gleichzeitig wollte ich mich auch noch hart bei euch bedanken. Denn das letzte Video, ich hatte ja meistens ein fortlaufendes PP, es sind meine Bewertungen immer deaktiviert. Das habe ich irgendwann so eingeführt und habe es halt so beibehalten. Ähm, hat über 500 Likes bekommen. Und das ist für Warface, ist das echt viel. Und dafür einmal vielen, vielen Dank, dass euer Support, was das angeht, so extrem groß ist. Und vor allem auch, äh, dass er das immer noch schaut, obwohl es jetzt, keine Ahnung, mittlerweile über 30 Videos sind, glaube ich. Dankeschön. Und jetzt steht der Sniper auf der Seite. Ich habe ihn, ich habe ein, zwei gut getroffen. Den Medic habe ich wenigstens rausgenommen. Oh, fuck. Ich wurde geblockt. Ich wollte nach rechts springen, aber ging nicht, weil der Medic da steht. Holy shit. Ihr habt gesehen, in der Luft bin ich nach rechts gegangen. Ja, ja, komm. Dankeschön, gib mir noch eine Chance. Okay. Ihr habt es gesehen, in der Luft bin ich nach rechts gegangen und das hat nicht funktioniert. Aufgrund des Medic Blocks. Hat mich aber nochmal wiederbelebt. Jetzt konnte ich mich bei dem rächen. Bei dem auch. Keiner mehr am Leben. Keine Clay. Okay. Habe ich noch eine Chance bekommen von meinem Team. Und dann auch genutzt. Beziehungsweise zwei Chancen. So. Ich glaube, jetzt haben wir soweit erstmal alles erklärt. Schreibt mir gerne mal nächste Waffe oder ein paar Waffen in den Chat, die ihr gerne mal sehen wollt. Wenn ihr nicht wisst, wie die heißen vom Namen her, dann sagt mir mal so, gebt mir so ein Gegenstück. Wenn ihr gesagt habt, du fahrmachst, dann wäre ich auch auf die F-1000 gekommen. So in der Hinsicht. Wisst ihr, was ich meine, ne? Ich mache hier nur auf. Und jetzt wird natürlich wieder viel rumgeschnüppert. Ah, ich will es eigentlich nicht riskieren, ne? Ich habe schon keinen Bock gegen Sniper. Komm, den habt ihr, oder? Äh, geht das? Den Wurf, wie ich mir vorstelle? Nein, geht gar nicht. Scheiße. Hätte rechts vorbei werfen müssen. Schieß doch! Alter, das war krass. Das war crazy, Leute. Frosty, wie fandst du die Runde? Frosty fand die auch nice. Schön. Warum wird die wieder gekickt, Renault? Drücken wir mal nein. Schade. Bad timing. Ah, ist aber sogar aufgegangen. Er wird trotzdem da weg. Kein Bock gesnipet zu werden. Ups, da habt ihr meine Waffenaufsätze gesehen. Wisst ihr Bescheid? Okay, wollte gerade sagen, der ist so low. Der Burst flog noch. Ah. Ah, hinter uns aus der Base, Jungs. Drei gegen zwei. Er geht zur Bombe. Guckt doch mal. Er zähnt das Schuhe an. Hallo, er defused. Nice. Chef 69. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Du bist bei uns, oder? Chef 69. Alles klar. Ja. Alles klar. Habt ihr das gesehen? Wie soll man so mit einem Random Team gewinnen? Aber Hauptsache, Sanders Mütze am Start. Ja. Lass ihn einfach defusen. Leute! Boys! In Grills! Was ist da los? Ich will nicht die Waffe wechseln, um uns hier noch aus dem Feuer zu reißen. Ich ziehe meine Challenge durch. Und ihr strengt euch jetzt gefälligst an, mit mir hier die Runde zu halten, ja? Really noob. Das ist ein Gegner hinter dir. Das ist ein Gegner vor dir. Das sind alles Gegners. Alles klar. Hast du. Nice one. Den pumpst du auch noch weg. Okay, machst du nicht. Okay. Nice. Nice. What the fuck? We are the round. Okay. Wie sieht's denn... Ja, Gott. Das sind die Sniper, die mich abfacken. Ich kann die Runde doch auch alleine holen. Kann ich was ändern? Grenade Launcher. Machen wir nicht. Ich könnte mehr auf Range gehen am Anfang. Stimmt. Das habe ich noch nie gemacht, live zu wechseln. Ich gehe erst auf Range. Ja. Ich habe ein paar Hits gedrückt. Weiß ich, wenn sie näher kommen, gehe ich wieder auf Close Combat. Easy going. Könnte man so den Grenade Launcher abusen? Ich weiß nicht, wie man den abfeuert. Muss ich ehrlich sagen, weil ich das noch nie gemacht habe. Da habe ich keine Ahnung. Den habe ich noch nie benutzt. Gibt es einen Sliding Header? Okay, okay. Ein bisschen rum. Trotzdem haben wir die Runde geholt. Viel zu viel. Wird heiß. It's getting hot in here. Revolver Header. Auf Long Range. Alter, es gibt einen... Ach, dich bereit. Sniper One. Shit. Hat schon einkassiert. Gehe ich nochmal außen rum. Ich kam nicht um die Ecke. Oh Gott. Man kann halt, wenn man... Wie soll ich das erklären? Das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht ganz so geil finde. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Ich war am... Am Schießen war ich nicht. Vielleicht am Nachladen. Man kommt sehr spät oder sehr langsam zurück in den Sprint. Macht das Sinn? Chef 69, Alter. Es tut mir leid. Ich drücke da mal Ja. Kannst du sagen, was du willst? Du bist nicht der Hellste. Du bist nicht das Hellste Licht am Weihnachtsbaum. Nochmal zurück in den Trainingsmodus. Sind wir eiskalt heute? Ja. Ja. Das war krass Aber on point, bin wieder zurück Hab ihn angesagt, er hätte ihn ansagen können Er war in dem Booster drin, ist dann rausgekommen Wahrscheinlich Wir spielen aber, ja die Runde haben wir Jungs Alter danach geht es, jetzt geht es gleich um alles Lasst mich nicht hängen Okay, 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 wir haben ein Team Alter, wir müssen angreifen Da brauchen wir einen Revolver-Snipe Hast du verstanden, Boy? Das muss ein Header sein Aua Holy shit, no Gibt es einen Revolver, Junge? Chick-chick, clickeria Er kommt mit dem Mainstream Kommt mit dem Grenade-Launcher Er defused Das wird der Sieg Nice Es war eigentlich ein spannendes Match Aber was ist das jetzt noch nicht vorbei? Gott, wir verlieren jetzt noch Karma ist ne Bitch Warum, wie weit geht denn Casual? Zwei Runden Abstand, auch im Casual? Das war crazy Ich dachte, es gibt immer nur 6 First the blood Nimmer gesehen Schade, der wär nice gewesen Du Mainstream, Alter Dein Granatwerfer kannst du sonst wo hinstecken, Alter Teal-Clicks Jetzt bin ich rübergekommen Das ist aber noch ein bisschen glitchy Hab ich, Bro Steh auf, Bro Ich bin der Hextech-Sniper Wir haben's jetzt aber, oder? Da geht's bis 8 Ich hätte gerne noch weitergespielt Also, kann ich ja immer noch Aber ihr wisst, was ich meine Das Röntgen ist vorbei Die F-1000 Die Farmers Hat's gerissen 27 zu 9 War vollkommen in Ordnung, Leute Ich hoffe, es hat euch gefallen Das gerne, like da Schaut euch Warface an Link in der Videobeschreibung Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Macht's gut, bis dahin Und ciao Ciao